Hallo Kinder, heute mal ein ganz wichtiges Thema. Ihr wisst ja, was zurzeit los ist, ja, der Coronavirus geht um und da kann man sich ganz schnell anstecken. Und um das zu verhindern, müsst ihr euch immer natürlich gründlich waschen, ja. Wenn ihr raus geht zum Spazieren, wenn ihr vom Einkauf kommt oder wenn ihr irgendwelche Sachen angefasst habt, am besten immer danach waschen, ja. Und das natürlich mit ganz viel Seife, ja. So, um euch das ein bisschen einfacher zu machen, singt einfach zweimal Happy Birthday to you und dann wisst ihr genau, dass die Zeit ausreicht, um die Hände gründlich zu waschen, ja. Also, Happy Birthday to you So, jetzt noch gründlich abspülen, ja. Und natürlich richtig fein abtrocknen, ja. Merkt euch das und das hilft euch, dass ihr euch nicht so schnell ansteckt mit dem bösen Coronavirus, ja. Tschüssi.